F1 Die da sollen eigentlich nur wieder sterben Was sagt die Ausrüstung so? Da ist die Stahlrüstung Achso, wir müssen die einzelne Falltüne noch bauen Du weg, du drauf Dann passt das aufsoweit alles Du weg, du weg, du töten Du weg Du weg Du, ja ok, bringen wir das Hündchen auch noch rum Ihr solltet Vielleicht erst den Eisblock da weg machen Oder schießt ihr von oben Das wäre richtig sinnvoll Nein, natürlich nicht Warum sinnvoll? Huntumata, wir schießen den Bogen Ja, wir schießen den Boden Todesangst Ein Bibi, die läuft auf uns zu Zeig, 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 zeig So, bleib einfach draufstehen und schießt Der kann da nicht weg Sehr gut Du machst kommende Sachen mit dem Eis Und isst Bären vom Boden Und läufst dann schreiend weg Du bist echt ein super Tank So, Stahlrüstung Braucht Stahl Sinnigerweise Und Kohle Wie viele Leute brauchen noch Eisenhelm? Ich hätte gerne erstmal alle mit Eisenhelm Wow Du hast du Hast du Hast Eins, zwei, drei, vier Vier Leute noch Boah, das hab ich Und krieg mir hin Eins, zwei, drei, vier Ja, Autsch Schöne Stahl So, jetzt aber hier aufräumen Skelette töten Das hier alles abbauen Da hast du eh vorher gewachsen In der Zwischenzeit Also ja, wir brauchen definitiv die besseren Türen Aber davon haben wir ja zwei, drei Erbeuten können In diesem Mini-Dungeon Jungs, benutzt bitte wieder Nahkampfwaffen Ist zwar vielleicht nicht 100% effektiv In manchen Situationen Aber dafür besser als Null effektiv In anderen Mit dem Bogen So Wohl gerade dabei sind Bring den kleinen Daumen Bleib stehen Genau Kommst da nicht mehr hoch Du bist jetzt elendig Hey Oh toll So Lass doch nicht davon abbringen Hier friedlich zu sein Wir wollen nur kurz Deinen Kumpel umbringen Oh oh Ich glaub das finden Nicht so toll Das wird wieder Chaos Oh ihr habt ihr ein Portal da So ein Goblin ist tot Na komm Greif die an mit den Lebenspunkten Ach Jungs Ernsthaft Warum geht ihr immer auf die drei Und warum macht ihr die Schnecke tot Soll es langsam fliegen Achso du wirst nicht behelligt Das ist natürlich sehr sehr komisch Dann bringen sie einfach alle alleine um Das muss noch weg Das muss noch weg Das muss noch weg Schnee kann man es weg So was machst du jetzt Du stimmst alleine auf die Goblins zu Haust einmal und läufst weg Machst du das gleiche Du läufst schreiend auf sie zu Und läufst dann weg Bald haben wir alles durch An Möglichkeiten Also an Kombination von Schreien, Angreifen, Weglaufen Dichter bitte weg Nun kommt der ganze Schnee Wieder her So Könnt ihr bitte mehr töten Nicht das Zelt Das zählt später Erstmal die ganzen Gegner töten Handtumata Das ist so albern Schnecke tot Eisentür Brauch Ein Schloss Eisen So Eisentür dahin bitte Tür Entferne Holztür Entferne Holztür Portal Da hin Töten Töten Die Schnecke konnte fliehen Das sagt schon einiges aus Wenn eine Schnecke vor unseren Kriegern fliehen kann Hunter Komm schon Er ist gleich weg Sehr gut 15 Minuten noch Er ist müde Er ist verwundet Aber er tötet Alles was er sieht Sehr gut Jetzt das da abbauen Eisentüren sehen komisch aus Eisentür dahin Wurr Im試kop Synchron erschlafen ist cool Doppelte Geschwindigkeit Komm Tomt Und damit wir das hier alles abbauen Aha So. Was haben wir drin? Stoff, Steinmauer und Gedöns. Nicht wirklich nichts Tolles. Nehmen wir den doofen Angriffsbefehl weg. So. Eine Tür noch. Da. Brauchen wir also noch drei Eisentüren eigentlich. Denken wir, so viele Schlösser haben wir nicht. Schloss. Eins, zwei, drei. Und kein Eisen mehr. Jo. Hallo, Ork. Ich hätte gern... Kein Stein. Eisenerz. So. Bloing. Bitte einsammeln, bevor er es wieder einsammelt. Flupflupflupflupflupflupflupflup. Sehr schön. Weg, 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 weg. Eisentüren da. Drei Stück hatten wir gesagt. Nein. Also eine Falltür will ich nicht. Ich will da. Also eine Tür. So. Eins, zwei, drei. Gleich. Jetzt. So. Drei Türen Arbeit. Okay. Hinten könnten wir noch töten. Oh, Spinnen. Spinnen haben wir nicht so häufig. Die sollten wir gleich töten und die Spinnenseite aufsammeln. Genau. Dich auch töten. Krieg doch ein paar Taien. Spinnenseite abbauen. Dich töten. Dich töten. Fischen. Nicht vergessen, zwischendurch zu fischen. Und ich wollte hier schon seit einer ganzen Weiden eine Brücke hinbauen. Da kam mir wohl auch noch irgendwann zu. Alles ist okay. Oh, okay. Warum macht ihr hier nicht weiter, Jungs? Töten. Abbauen. Genau. Tickbomb. Stahlrüstung. Hatten wir schon angefangen, ne? Ja, drei Stück haben wir. Schließen. Ausrüsten. Lord Helmchen. Du kriegst eine Stahlrüstung. Tada. Du kriegst auch eine Stahlrüstung. Du kriegst auch eine Stahlrüstung. Und die, die jetzt immer noch mit Holzrüstung rumgelaufen sind, also er, kriegt die Lederrüstung. Stahlhelm, Stahlhelm, Stahlhelm. Deiner fehlt noch. Das heißt, wir können jetzt alle Stahl, was wir noch haben, benutzen, um die Stahlrüstung herzustellen. Wie sieht es eigentlich mit Waffen aus? Oh, Eisenstiefel. Oh, die sind echt günstig. Nun haben wir schon wieder kein Eisen. Ah, die müssen noch alles hergestellt werden. Ja, okay. Du, ich hätte gern mehr Eisen. Danke. Er wusste, dass es eines Tages soweit kommen würde. Ja, ja, die Zwerge. Immer im Gold horten, immer im Gold horten. Und irgendwann geben sie alles aus. Du weg, du weg. Komm, weg mit dir. Und Schnee getöten. Tom, tom, tom. Warum schmiedet da nur einer? Hm. Sehr komisch. Erfahrungspunkte, Trudelwein, aber so wirklich. Ah, hier hinten. Okay. Weg, weg. Portal dahin. Wir lassen uns nicht davon abbringen, dass da oben Friedhof ist. Das ist uns vollkommen egal. Wir sind Powerzwerge. Jungs. Ich tu nix. Komm. Näh. Du, Kontrolle übernehmen. So. Ersetzen, ersetzen, ersetzen. So. Geh weg. Genau, tötet die Sklette da oben. Ich mach währenddessen hier unten Dekozeug. Warum ist da gerade ein Helm runtergefallen? Das sah echt so aus, als wäre gerade ein Helm runtergefallen. Das wäre auch lustig, wenn die Rüst... äh, die Zwerge im Kampf in der Hektik Ausrüstungsteile verlieren könnten. So. Weg, weg. Weg. Ich habe ein Müller-Buch, sehr schön. Weg. Äh. Wir können das jetzt untergraben, aber das war eigentlich nicht der Plan. Geh mal hier, Skaffo-Ding. So. Du, weg. Du. Weg. Du schiebst da wieder in der Luft, ne? Nee, macht er gar nicht. Doch. Weg. Hallo. Greif, greif, greif den an. Aha. Sehr gut. Weg mit dir. Fein. So. Also, dein Portal. Alles. Wow. Was zur Hölle ist hier passiert? Das können sie... Warum hat er da gar nicht mehr drin? Ist hier in irgendeinem der Eisblöcke ein Schaf eingep... Lassen wir das. Aber ja, das mit dem Schnee können sie ruhig ein bisschen reduzieren. Ich finde das ein wenig Overkill, dass man einen halben Tag damit verbringt, Schnee zu schippen. Also, ja, es ist eine Eiswelt. Und ja, das könnte irgendwie dazugehören. Aber... Weg. 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 Schnee guckt auch wieder zu. Weg, 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 weg. Hier sieht es auch nicht viel besser aus. Und die Fackeln schützen auch nicht so wirklich. Hätte ich mir ja auch denken können, in diesem Lagerfeuer oder eine Fackel, dass dann kein Schnee in mir wächst. Aber... Essen schaut gut aus. Was haben wir noch so Schönes? Turmspitze. Rundes Fenster, jo. Das Schindeldach, jo. Ton, jo. Stein, jo. Turmspitze. Da. Muss erst gebaut werden. Ist okay? Du. Weg. Du. Weg. Du. Weg. Haben wir gleich überall schöne Eisentüren. Weg, weg, weg. Komm. Komm. Genau, du machst das. Hey. Du. Ja. So. Das kann ruhig alles abgebaut werden. Ihr müsst ja nicht rüberspringen. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Alles weg hier. Auf dem Schnee wächst ein Baum. Das ist gemein. Das ist einfach nur gemein. Und ja. Das sieht auch dufe aus. Turmspitze ist fertig. Gucken wir mal, wie es aussieht. Und hoffen, dass kein Zwerg versucht runter zu springen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das ist sehr unepisch. Sehr, sehr unepisch. Ähm. Okay. Mach mal den Schnee hier weg. Ich hab mir da irgendwie was Größeres drunter vorgestellt. Und in der Minute eine Welle. Okay, das kriegen wir hin. Lenkt die Welle wenigstens von diesem Schandfleck da oben ab. Hunter Matter. Nö, two another. So. Und dann 한jole. Die Um parar. Ums weiter. Die. Vervoll call. spill. Vielen Dank.